So, okay, den haben wir. Dann müssen wir schnell noch unsere Druckflaschen ausleeren. Und gleich ein neues Messer werden wir auch gleich noch reinnehmen. Und dann geht's weiter. Und dann geht's weiter. Und dann geht's weiter. Und der Kopf. So. Tschuldigung. Dann haben wir ja fast alle Titanen. Fertig. Und der Nacken. Das war's. Ich frage mich immer noch, warum eine SOS steht. So, den haben wir. Oh, da ist ein muskulöser. Jetzt holen wir noch Sascha. Warum sie immer das Bild so komisch dreht, ja? Ja. 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 Na ja. So den kannst du mal einfangen. Ich weiß nicht, ob wir den haben Für mich sehen die echt immer alle gleich aus So, wir müssen schnell nochmal wechseln Die Flaschen Und dann Kümmern wir uns da hinten um diese noch So, der Ete mit Glatz ist weg So, den haben wir auch Jetzt kümmern wir uns um den Endgegner Das SOS, warum der SOS noch steht Da ist nix eigentlich Da ist Petra So, Petra, wo bist du? Petra? Da Die nimmer für Ah, die sind gesperrt, die kann man nicht sehen Okay, dann kann ich dich leider nicht mitnehmen Tut mir echt leid Ah... Das war's für mich. gib her den scheiß Bane so und ich hoffe, dass das klappt dass wir den fangen können ne, leider nicht ok, wir werden ihm noch die Arme kaputt machen so und dann versuche ich es mit meinem Netz ah, jetzt können wir fangen da müssen Arme und Beine weg sein ok, dann können wir so einen Abnormalen fangen, wenn Arme und Beine weg sind, ok, alles klar gut zu wissen muss man ja erstmal wissen, ne so ah, die wurden beide getötet jetzt kommt nämlich die Szene wo die Beine getötet wurden und ja, alle die die Serie wahrscheinlich verfolgen werden natürlich wissen, wer das war die wollten nämlich nicht, dass wir Informationen von den Titanen bekommen oh, nur ein A wegen abgeschlossener Mission ok, Ena hat gefehlt da haben wir Mist gebaut und 46 Titanen Tötungen sind nicht genug krass das bedeutet wahrscheinlich man muss alle Titanen in dem Gebiet töten bevor man den letzten tötet oh ah, wir haben zuerst so Muskel Muske, Muskelprotz wenn du bei der Verstärkung der Ausrüstung an besonderen Materialen mit dem Namen Regenbohrung Tropfen einsetzt einsetzt kannst du die gewöhnliche Grenze von plus 99 für stärker überschreiten und etwas noch härteres herstellen krass hat man bis jetzt noch nicht, wir müssten sowieso mal gucken, ob wir unseren, ob unsere Schwerter schon verbessern können oder verstärken können so, wir gucken aber erstmal wo konnte man das ah, da hinten müssen wir erstmal hin wegen die Erweiterung Konnichiwa, Mikasa also ich werde jetzt wieder gut machen, was ich verletzt habe wir sind ein paar Dinge über meine Vergangenheit eingefallen von denen ich dir erzählen kann jetzt sofort erzähl mir alles das wird das wird ein Spaß hartige Kinder unartige Kinder, mögliche Kinder es geht darum Ich werde nächstes Mal einen klaren Kopf halten. So, Stufe 3. Weiter geht's, glaube ich, nicht. So, ich wollte aber eigentlich noch... Ja, schnell zu Rainer. Können wir das auch noch machen? Ah, Bernholt ist auch gleich da, das passt natürlich. Genau, dann kommt erst nochmal Rainer. Vor dem meinen auch noch so ein bisschen Respekt, ne? Bernholt ist so... ...der weiche Part, der Bane. Obwohl er eigentlich der kolossale Titan ist eigentlich, krass, ne? Klar, kein Problem, mein Kumpel. Jo, machen wir. So, dann gleich den nächsten Rainer. So. Ah, manche... Bei manchen geht's höher, bei manchen noch nicht. Komisch. Jo. 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 Hm. Wahrscheinlich ist es bei mir in... ...Lival, mein Freund. Nicht mehr lange bis zum einen Titan-Verwandlungsexperiment. Es wäre schön, wenn jemand mir sagen würde, was genau sie vorhaben. Du glaubst doch nicht, dass sie dich zerstücken würden, oder? Ich stehe voll hinter dir. Genau. So. Den haben wir noch. Death. Na, wo ist er denn? Ach, da hinten steht er, ja. Was ist denn, du kommst? Das ist ein schwerer Schlag für unsere Forschung. Das ist nämlich echt blöd. So, zackle, wer ist denn zackle überhaupt? Ach, das ist der Typ. In dieser Sache hat mich offenbar außer vorgelassen, was für Experimente hat der Auftragungsschub denn an diesem Titan-Verwandlung geführt. Suche nach weiteren... ...wenn ich wachstellen. Hat ihm nicht gefallen? Okay, alles klar. Der ist ein bisschen... ...ein hartnäckiger Typ. So, geht jetzt weiter? Achso, sieht aus, als bräuchtest du noch etwa mehr Zeit, bevor deine Freundschaft mit Sascha... Achso, okay. Es geht momentan nicht mit ihr. Hier draußen muss noch jemand stehen. Ah, da ist er doch. Ohoho. So. Dann sollten wir eigentlich alle haben, ne? Ich glaube schon. So, und dann können wir noch... Ähm... ...zu Datengrüne, ähm... Oh, wo konnte man doch seine Waffen... Was ist jetzt da vorne? Warte mal, muss selber mal gucken. Okay. Wo war's denn mit die Waffen? Nee. Ich würde nämlich... ...ganz gerne meine Waffen... ...gucken, ob ich sie verbessern kann. Auch nicht. Da ist aber Erwin. Oder Erwin. Erwin. Nee. Komisch. Besprechungsraum der Offizier. Was ist das hier? Raum der Kommandanten. Achso, das ist von ihm der... Hä? Man konnte doch sich... ...muss da nochmal hin. Nee. Sehr komisch. Wo konnte man denn... ...die scheiß Waffen reparieren? Naja. Müssen wir... ...weiter erstmal. So, jetzt sind wir natürlich hier... ...wo die Titanen getötet wurden. Da sind sie weg. Ist natürlich schlecht, ne? So, wie bitte, Sir? Hm. Wer könnte die Titanen haben? Alle, wie gesagt, die die Serie verfolgen... ...wissen, wer das ist. Und zwar steht nämlich die Person da. Mank. Die hat nämlich die Person... ...äh, die Titanen getötet... ...damit man nicht mehr Informationen von denen bekommt. Ah, siehst du, jetzt kriegen sie nämlich... ...na, Armin ist ja sowieso der schlaue Kopf, ne? Ja, kommt der... ...er kommt ja hier... ...Annie... ...auf der Schlicht, ne? Ja, was ist das? Ich kann nicht mehr sterben. ... ... Du willst Leuten helfen, genau, mhm, indem du andere tötest. So, meine lieben Freunde, das war's aber erstmal mit Attack on Titan 2 mit der Aufnahmesession. Ähm, ja, bis jetzt sehr geil, also sehr viele neue Sachen, jetzt kann man auch Titan fangen und so, war im ersten Teil nicht so, coole Sache, find ich cool mit dem Netz, ähm, ja, wenn euch alles natürlich wie immer gefallen hat, danke, danke, ähm, dann hinterlasst natürlich ein Like, Abo, teilt ihr wieder und schreibt weiter in den Kommentar, würde mich sehr freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal in Attack on Titan 2, ich bin erstmal wieder raus und ciao. Euer Christian. Uer Christian. Sous-titrage ST' 501. Untertitelung des ZDF, 2020